Komm schon! Der Pad weicht aus wie ein Jäger, ich spür's. Ohne Scheiß, wir haben so was gehrlich. Alter, guck dir den Pad an! Er wirft zu viel, Alter! Ey, in Cheat-Modus aus. Er wirft alle, Alter. Ich hab beide genommen. Ich wollt's nur testen ohne Scheiß. Der erste war Lack. Der zweite war der Pad. Ich wollt's nur testen. Wir haben's noch Video. Egal, ich schmeiß. Ich spiel jetzt einfach. Ich schmeiß immer so schnell ich kann. Lieber jetzt als dritte Runde, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, so ist man. Ja, so ist man. Boah! 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 Der hat getroffen, die Rote? Ja, hast du gesehen? Alter, der Fels. Es geht eigentlich nicht. Es ist unmöglich. Ich wollte ihn jetzt wetten, der Rote. Wer hat denn den roten Rote? Ohne Scheiß, das war Schicksal. Keine Scheiß. Wir haben es auf Video. Wir haben es auf Video. Wir haben es auf Video. Was war das denn? Echt? Das war ein Video hoch für dich. Das ist überhaupt ein langes Mal. Ohne Scheiß. Ich schwitze noch mal wieder mal. Ich sehe nicht, dass du den Blauen gehalten hast. Also aus Blauen. Ich habe das auch vorbeigelassen, weil du die roten Rote hattest. Ah, du kannst nicht mehr gewinnen, ne? Die Scheiß. Eifelt. Jetzt geht's ruhig. Er war nach der Szene. Er hat sich verdient. Aber es ist so dreist. Aber es war so geil. Zehn Gingang. Das heißt, wir stehen zu werden. Ja, Marla muss jetzt stehen bleiben. Was? Wir müssen jetzt beide stehen bleiben. Es geht nicht anders. Wir müssen stehen bleiben. Hä? Ja, ihr müsst stehen bleiben. Ja, Sie atrás sind nicht. Oh mein Gott... Oh mein Gott. Ja, du musst jetzt nicht fahren, Marla. Du musst doch gegen sich spielen. Oh, der muss ja erst werden. Markus muss doch gegen sich spielen. Und es gewinnst du. Das mache ich auch. Wie wurde denn? Ja, was soll man der Volk machen? Lässt sie doch machen. Hasht. Oh mein Gott, ich bin der Gott der Zähne! Ich bin der Gott! Besser gewinnt! Ich weiß nicht, ich hab die wach! Ich hab die wach! Ich hab die wach! Die können bunkern wie sie wach! Ey komm, mach rein, mach nicht unfair! Ich bin fair, ich mach's sofort, ist mir egal! Ohne Scheiß, wenn ich ihn halten würde, es wär... Es wär unfair, es wär sogar verloren! Es wär eh unfair! Wieso haben jetzt beide wieder Chancen? Ja, ist ja so! Und mich vorzulassen! Ja, Mala muss jetzt hier im Backstuhl machen, das geht nicht anders! Er muss jetzt lachen! Er muss Luka jetzt Platz fahren! Egal, kommt ja ein, du oder ich, jetzt geht's um alles! Ja, Mann! Ich hab du, wir Ehr gemacht! Einer, wir Erster! Ja, ich... Luka reicht noch ein dritter Platz und daher... Ja, Mann, das geht's werden jetzt! Luka muss nur Mist sein! Ey, das ist genau so, Mann! Oh mein Gott! Boah, du Scheiß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin eh Vierter! Ja, ich hab' echt gut gemacht! Oh mein Gott! Was? Ich hab' einen vorigen Items! Das ist krank! Ich hab' echt mal! Ich muss drücken! Du musst drücken! Alter! Oh mein Gott! 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 Was hat er ja auch? Ich glaub' ich nicht! Er hat perfekt gespielt! Bestes Ergebnis! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist krank! Oh mein Gott! Und Anderspa Wright sitten! Vielen Dank.